Du kannst hier auch Farb drauf wölkern. Wait, what? Er hat keine Heavy Attack, aber kann dafür alles hacken? Oh, und das macht doch noch Schaden. Okay, das ist interessant. Das spielt sich halt vollkommen anders. What the fuck? Gegner. Send help. Ich hecke dich einfach. Das ist cool. Okay, was ist das? Ich hecke das, das ist cool. Das spielt sich halt vollkommen anders, weil du halt keine Heavy Attack mehr hast. Auch. Einzig was betimiert ist für dich ist der OST, aber der OST ist definitiv nicht schlecht. Das sind Androiden, die haben halt, weiß ich nicht, Sensoren oder so, keine Ahnung. Das war's für mich. Das war's für mich. Ich verstehe den Grund auch noch nicht genau, warum die ihre Augen verdecken. Das hat die ganzen Kampfeinheiten, also sowohl, also alle Soldaten haben irgendwie immer die Augen verdeckt. Und ich weiß nicht genau, warum. Kannst du mir auch noch nicht genau erklären. Das war's für mich. Du 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 du. Oh shit. Ich frag mich, was passiert, wenn so ein Hack fehlt. Ich will's hier nicht Science machen. Ich frag das. Ich frag das. Wenn ich 2B gespielt hab, ging er mir eigentlich ziemlich auf den Keks. Jetzt grad find ich ihn relativ angenehm. Ja eben, 2B ist kein da, alles scheißegal. Also die sagt's halt einfach nicht. Ich mein, ganz am Anfang macht sie halt auch ne Faust, als 9S quasi ihr Bewusstsein, also ihre Erinnerung hochlädt aber nicht seine. Das ist ein Problem. ok nur noch eine einheit ich kann doch hacken mir hätte ich das game so nicht nennen wollen warum man i don't know ich habe das erste nicht gespielt das ist die andere perspektive ich spiele halt nach mir es ist halt irgendwie connected ok Okay. Spiel ich jetzt das ganze Spiel in der 9S Perspektive? Anscheinend. Sobald ich mich erinnere, war das andere, ne doch, eher so, ich will nicht sagen Action-Adventure, aber es ging eher in die Richtung Action-Adventure, oder? Wenn ich mich richtig erinnere, ist es halt schon ewig schwer, dass das Game draußen ist. Die sagen ich wirklich 2B-San? Natürlich sagen die 2B-San. Könnte aber daran liegen, dass ich gerade japanische Sprache drin hab. Das andere viel besser. Okay. Ich hab das andere nie gespielt. Weil wenn ich dodge, mach ich AOE-Damage? Das ist interessant. Was ist das eigentlich Sun? Das ist ne Höflichkeitsform. Ist halt komplett anders. Okay. Ich mein, das hier ist grad halt auch irgendwie, ich will nicht sagen, nicht das Hauptspiel, aber das hier ist halt nur so ne eingeschiffene Passage irgendwie. Das ist ein bisschen weird. Jetzt ist das schwer zu erklären, weil im Deutschen gibt's das nicht wirklich, oder? Doch, es gibt's mit Frau und Fräulein gibt's das. Aber das ist das einzige Beispiel, was mir grad einfällt, was ähnlich ist. Das ist aber nicht so hart wie im Japanischen. Ich weiß, dass es nicht so hart ist wie im Japanischen. Ich hab keine Ahnung, welche Storys man noch alle spielt. Ich mein, es gibt so viele Charaktere, die du in der Theorie spielen könntest. Wer weiß, vielleicht spielst du in einer Story Pascal, wer weiß. Und dann ist es plötzlich City Simulator. I don't know. Ich mein, du siehst, du siehst zwei A nicht mehr. Die Tochter hat einmal auf und danach siehst du die nie wieder. Und du hast keine Ahnung warum. Oder warum die gesucht ist oder warum die desertiert ist. Das einzige, was du halt von ihr mitkriegst ist, oh ja, Kommando ist eigentlich die, die euch alle verraten hat. Und du denkst dir auch noch so, warum. Aber du kriegst dann nie ne Antwort drauf. Und dafür sind halt die anderen vielleicht los. Ich würd's doch so jedem empfehlen, wenn das Spiel hier haben will. Einfach steben. Die Playstation-Version droppt gerne mal Frames ohne Ende. Oh, wir sind hier. Hallo Goliath. Das war ein schnelles Tutorial. Ich bin hier. Time to hack this fucker. Ich find's auch interessant, dass der Mob anders heißt. Fällt mir jetzt erst auf. Als wir mit 2B gespielt haben, hieß der Goliath. Hier heißt der Engels. Interesting. Wow, was ist das denn? Geh weg mit deiner Scheiße hier. Okay, wenn du beschützt wirst. Wow, hört auf. Dankeschön. Wow. Ich find nicht Raketen abgefangen. Okay. Das spielt sich vollkommen anders. Holy shit, man. Hätte ich nicht erwartet, dass es sich so anders anfühlt. Und jetzt werden wir doch gereckt. Ja, richtig. Und was machen wir jetzt als 9S? So einarmig? Einbeinig? Ja, richtig. Ja, richtig. Ich muss meine eigenen Systeme hacken? Okay, okay, okay. What the fuck ist das? Behebeoptik-Datenfehler. Wie wärs mit einem Sound oder so? Okay. Das ist halt super weird. Das ist halt ultra leise. Okay, was ist das hier? Stimmensystem. Ah. Ja, wohl gar nicht so rum. Wie wärs mit einem Schuss mit einem Spanchen? Oh, ich bin der Fall. Komm schon. Du bist ja. Du bist auf. Du bist auf. Wimper. Ich bin ja. 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 Ja, ich bin ja. Okay jetzt ist es interessant, weil danach haben wir nie gesehen was mit 9S passiert Na komm jetzt geh, hush hush, mach hinder. Schneller, der Goya tötet sich nicht von alleine, Mädel Wir bleiben jetzt hier liegen Kann ich die hacken? Yep, die kann ich hacken Okay und Hacken macht AOE damage, das ist natürlich neat Ich mach die Chap-Tune Version, von jedem Lied gibt es anscheinend eine Chap-Tune Version, das ist halt super cool Oh mein Gott, kriegt doch einfach AOE Schaden und sterbt alle AOE, jetzt kommen die Fachbegriffe, ja tschuldigung, also wer AOE nicht kennt, der war ja nicht mehr Das ist nicht wirklich ein Fachbegriff Wir können es auch ganz deutsch machen, oh guck mal ein Flächeneffekt Das ist sehr schön Ich alter Superhacker hier Badaboom Oh, die leben doch alle AOE ist halt, ne, ich sag mal einfacher Als fucking Flecken Oh, schur, dann hängen wir mal den Goya von hier oben WUA Ich höre nicht die Klappe, fuck you. Ich schick hier alles, ich bin der Master Hacker. Hau ihn kaputt, Tubi! Ich bin mal gespannt ob er... Siehst du das von hier aus? Ist natürlich nicht... Okay, und hier entscheidet sich ja jetzt quasi, Tubis Daten auf dem Bunker hochzuladen und nicht seine. Das wird dann erst erfahren, wenn wir auf dem Bunker sind. Das ist pretty cool. Definitiv auch, ey. Der OST ist echt mega gut, besonders wenn du mal überlegst, hör mal. Ist derselbe Sound, einfach nur das Chip-Tune-Version. Ist genau derselbe Sound, der draußen läuft. Ah! Ah. Ah! Ah! Güell! Ah! Covr! Ah! 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 und die morgens aufstehen seit alles in die luft zu sprechen ja 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 Es ist interessant, weil es ist immer noch dasselbe Level, aber das Level kommt dir, wenn du nur 9S spielst, ein bisschen hakelig vor, weil es ist wirklich so komplett Game Over? Soll ich eben ein Game Over produzieren? Soll ich extra ein Game Over für dich produzieren, Nobito? Lass mich eben speichern. Zugriff auf Arcade. Du kannst alle Hacking-Spiele, die während du spielst abgeschafft hast, noch einmal spielen. Ach guck mal, ich kann einfach Tobi-Dings. Ich habe schon genug gesehen. Okay. Es war relativ einfach. Was passiert, wenn ich mich auf dem Bunker selbst zerstöre? Ich gehe einfach Super Saiyan. Das ist mein Favorite-Ending eigentlich bisher. Ich habe Mail. Was ist denn hier los? Hacking-Bibliothek. Wir haben eine Hacking-Bibliothek mit Kampfdaten von Joa-Einheiten vorbereitet. Alle Hacks, auf die man bis jetzt gestoßen ist, können ab sofort nach Berlin, wenn neu abgerufen werden. Aus Sicherheitsgründen werden alle Leute ausgeschlossen. Interesse können auf die Bibliothek mit selber, um das Spooker zu greifen. Habe ich mit 9S Zugriff auf irgendwelche... Ne, habe ich nicht. Okay. Du lögst ja seit zwei Tagen während du nebenbei FF14 spielst. Erinnere mich nicht dran. Ich muss immer noch Light-Farm für meine bescheuerte Anima weppen. FeelsBatman. Pausieren. Nein, ich würde gerne... Achso. Oh, wir hacken jetzt 2B. Okay, let's go. Oh mein Gott, das ist aufgezeichnet. Oh, ist das gut. Das ist die Aufzeichnung. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Ich war so like, hä? Why the fuck is nothing happening? Das ist so gut. Please, das ist so genervt worden. Das Light-Farm? Nein. Ich muss immer noch ungefähr 100 Dungeons laufen. Ich muss immer noch ungefähr 100 Dungeons laufen. Du hast es in 2-3 Stunden. No way. No way. Ich glaube in 2-3 Stunden kriegst du es nur hin, wenn du dauerhaft die ganze Zeit Savage läuft. Oh mein Gott. Ich muss mich so aufwärtsen, wenn es in 3-3 Stunden gibt. Ich muss mich aufwärtsen. Ich muss mich aufwärtsen. Ich muss mich aufwärtsen. Ich muss mich aufwärtsen. Ja, da bin ich nochmal durch die ganzen Menüs gegangen und hab nachgeguckt. Das ist cool, das ist cool. Ich bin nicht beim 230er Step, ich bin beim 260er Step, ich bin nicht beim Lorefarm. Ich bin nicht sicher, dass ich 9S-Modell ist, weil es sehr gut ist. Und ich sage das nicht, dass ich sagen kann. 9S? Was ist das? Es gibt keine Beleidenschaft. Ich habe keine Beleidenschaft. Ich habe keine Beleidenschaft. Ja, Tobi ist sowas von aggressiv, Dude. Let's go. Die ist voll aufgepowert. Okay, ich glaube, ich mache hier aber Feierabend für heute. Es ist definitiv reicht zuerst mal. Speichere möglichst aus. Ja, das werde ich tun. Nämlich genau jetzt. Das soll auch wieder runtergesetzt werden. Ich weiß nicht, ob das runtergesetzt wird. Das ist halt der vorletzte Step. Ich müsste jetzt halt nur, keine Ahnung, 100 Dungeons laufen und dann wäre ich durch. Ich kann mich aber einfach nicht durchringen, 100 Dungeons zu laufen. Das ist mein Problem. Ich habe E-Mails. Das ist der, wie E-Mail, die Tobi gekriegt hat. Okay, sure. Easy. In der Theorie ist es easy. Ich kann mich einfach nur nicht durchringen dazu. Gibt im Moment einfach Unthink. Funktioniert nicht. Unthink funktioniert nicht. Leider Gottes. Leuten, die haben eine Aktion gefallen. Was ist denn hier los? Kämpfen ist nicht meins. I like das Game. Die fucking C macht halt so viel Sinn, wenn du das A-Ending hast. Das macht so viel Sinn. Ähm, du kein. Das Ding ist, ich müsste so mal hart laufen. Viel Spaß bei so mal hart unthinkt. So mal hart unthinkt ist der Bot. Das ist ein, der das drei Mal ab in der Nähe hat. Amen.